Sei gegrüßt, du wundervolle Seele, du wahnsinniger Schöpfergott, Schöpfergöttin. Wie geht es dir? So lange hast du mich nicht gesehen, so lange hast du mich nicht gehört und dafür möchte ich mich gerne entschuldigen, aber bei mir war unwahrscheinlich viel los. Meine Mama ist ins Altenheim gekommen, weil sie sich den Oberschenkelhals gebrochen hat und nicht mehr alleine lebensfähig ist in ihrer kleinen Wohnung in der vierten Etage. Also von daher war natürlich unwahrscheinlich viel zu tun und ist immer noch nicht alles ganz gerichtet, Wohnung auflösen und ja, kannst du dir ansatzweise vorstellen, was da alles los war. Genau, dann haben wir natürlich auch eine wahnsinnige Zeit da draußen und mehrere Menschen haben mich jetzt schon privat angeschrieben und gefragt, ob alles in Ordnung ist bei mir. Hier ist alles in Ordnung, auch hier dank meines kleinen Heelis, den kennen ja auch schon ganz viele von euch. Lasse ich gerade wieder das Kohärenzprogramm laufen. Jetzt habe ich gerade geguckt, ich dachte, ich nehme nicht mehr auf. Ich lasse mein kleines Kohärenzprogramm laufen, also die Verbindung zwischen Herz und Tieren, zwischen Denken und Fühlen, zwischen männlich, weiblich, also dass alles in einer guten Verbindung ist, weil das eine ganz schlecht auch ohne das andere kann. Und dieser Heelie tatsächlich ist für mich glatt mein Wunderwerkzeug gerade, weil ich glaube, sonst würde ich das hier in dieser verrückten Welt auch nicht aushalten. Und deswegen meine Frage nämlich heute an dich, hast du auch die Schnauze voll? Also es wäre ja wirklich gelogen, wenn ich sagen würde, nö, alles ist chillig, alles ist easy. Natürlich bin ich schon so in mir gesettelt und gesetzt und angekommen vielleicht auch und auch in meiner Mitte. Dadurch, dass ich sehr, sehr viele Jahre schon auch als Therapeutin arbeite, als Heilpraktikerin arbeite und auch als Mindset-Coach arbeite und aus dem Grund wende ich natürlich alle meine eigenen Strategien auch meistens, nicht immer, aber meistens auch bei mir an. Und ja, viele, viele sehe ich gerade, haben die Schnauze voll. Und womit? Mit Recht. Also dieser neue Lockdown, der jetzt heute Nacht irgendwie beschlossen worden ist und der neue Ruhetag, der jetzt eingeführt wurde am 1. April. Ich bin geehrt. Mein Geburtstag ist jetzt ein Ruhetag. Das heißt, wir dürfen meinen Geburtstag voller Muße und in absoluter Ruhe feiern. Das freut mich total. Und ja, dieses ganze Up and Down, rein aus den Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, Läden wieder auf, Läden wieder zu. Wenn ja, Läden auf, welche Läden auf? Wenn ja, welche Läden bleiben zu? Wenn ja, wie viel dürfen rein, wie viel nicht? Muss man seinen Namen hinschreiben oder nicht? Mit Termin, ohne Termin? Click and tell und click and collect und quat, weiß ich, wie der ganze Scheiß hat sich. Ich meine, die Menschen sind ja sehr erfinderisch und ich verstehe jeden Ladenbesitzer, dass er sich irgendwas einfallen lässt, damit überhaupt irgendwie die Wirtschaft in seinem eigenen Lädchen angekurbelt wird. Aber ja, sind wir mal ganz ehrlich, wollen wir das? Wollen wir das? Also ich nicht. Das Schöne ist, wir können uns ja darüber mal Gedanken machen, wie viel Konsum brauchen wir wirklich? Also das finde ich ein sehr, sehr kostbarer Ansatz über Corona. Wie viel Konsum braucht es wirklich? Und wir haben, glaube ich, im letzten Jahr festgestellt, wenn wir nicht gerade alles online bestellen, dass wir weitaus weniger Dinge konsumieren. Also ich zumindest in meinem Fall, finde ich schon. Also so dieser spontane Schuhkauf, der fällt ja mal völlig flach. Von daher. Ich laufe jeden fast zu Hause nur noch rum und dann auch nur barfuß. Also von daher alles gut. Ja, aber letzten Endes, es ist schon eine aufreibende Zeit für viele, auch für viele Gemüter. Was ich allerdings feststelle ist, zumindest so in meinem Dunstkreis, mein Sohn kann das nicht ganz bestätigen, er sieht das ganz anders, aber ich sehe das bei mir, dass die Leute peu à peu anfangen, ein bisschen zu hinterfragen, ja. Und dass die sogenannten Fälle ja keine Fälle sind, sondern nur positiv getestete Menschen ohne Symptome, ist noch lange kein Fall. Und dass anhand dieser Zahlen diese ganzen Sanktionen jetzt wieder stattfinden, also Lockdown, Ruhetage, wieder alles zu, Verlängerung bis 18. April, Verlängerung, 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 Verlängerung. Seit November oder so haben wir Verlängerungen. Wundervoll, alles nicht schlimm. Ich habe für dich eine Lösung heute parat. Und zwar eine Lösung aus dieser wirklich anerkannten Foltermethode, diesem Weichmacher, diesem Willenbrecher, rinnende Kartoffeln raus aus der Kartoffeln und jeden Tag oder jede Woche neue Gesetzeslage, neue Verordnungen. Niemand weiß mehr, was wirklich zählt. Dadurch schürt sich die Angst noch mehr, wieder was falsch zu machen, ohne es zu wissen. Und Dummheit schützt ja bekanntlicherweise vor Strafe nicht. Also von daher, meine Lösung hier für dich. Kurz und bündig habe ich dir sieben, geniale Zahlen, sieben wundervolle Schritte, die ich dir jetzt gerne zur Verfügung stellen möchte. Sieben Schritte plus Heli wäre der achte. Sieben Schritte, dass du in dieser Zeit wunderbar da durchkommst, in deiner Kraft bleibst, in deiner Schöpfermacht bleibst und somit diese Zeit gut überstehst, die Wartezeit, während die anderen langsam nachziehen. Peu à peu. Und wer weiß, wie lange das noch dauert. Also, Step number one, der erste Schritt für dich ist, bleibe bei dir. Das habe ich auch in ganz vielen Botschaften immer schon wieder gesagt. Tingel nicht durch die ganzen Telegram-Kanäle. Tingel nicht durch Facebook, wenn du es überhaupt noch tust. Tingel vor allen Dingen nicht durch die Mainstream-Medien. Das ist noch das Allerschlimmste, wo du rumtingeln kannst. Da wird noch die meiste Angst verbreitet, aber unterschätze nicht viele Telegram-Kanäle, wo sehr viel Unruhe ist und wo sehr viel Angstmache betrieben wird, wo sehr viel Horrorszenarien aufgemalt werden, dass wenn nicht jetzt dann Sklaverei für immer und ewig und der Mensch total für immer verloren, blablabla. Also, bleibe bei dir. Leg mal das Handy weg. Geh raus spazieren. Oder was ich für mich gefunden habe, was ich nicht mehr loslassen möchte, ist Yoga. Es gibt so viele verschiedene Yoga-Videos auf YouTube für alle Geschmäcker, was dabei. Es gibt Yin-Yoga. Es gibt Vinyasa. Es gibt Hatha. Es gibt Flows. Es gibt Power-Yoga. Also, es gibt so viele verschiedene Yoga-Formen. Wir treffen uns als Familie jeden Morgen um 8 Uhr per Zoom hier in meinem Zoom-Raum. Und dann schalte ich den Bildschirm frei und lasse eine Session von Lena oder Medi oder Vanessa oder wen auch immer laufen. Und wir machen als Familie, inklusive meinem Mann, am Wochenende aus Abu Dhabi machen wir Yoga zusammen. Jeden Morgen. Und ich kann dir sagen, meine Körperhaltung hat sich verändert, meine Atmung hat sich vertieft, meine Muskulatur festigt sich, mein Grundtonus ändert sich und gleichzeitig bin ich im tiefen Flow und in tiefer Entspannung. Also, ein wunderbares Tool, um bei dir zu bleiben und auch sich um dich zu kümmern und um dich zu befrieden, ist Yoga. Also, bleib bei dir der erste Step. Der zweite Step, übe deinen Fokus oder beziehungsweise kontrolliere deinen Fokus. Worauf schaust du den halben Tag? Was sagst du den halben Tag? Was denkst du den ganzen Tag? Wo ist dein Fokus? Ist dein Fokus auf diese Dinge, die nicht funktionieren, die scheiße laufen, die blöd sind, die uns ärgern, die uns triggern? Oder ist dein Fokus auf Friede, Freude, Eierkuchen? Und ich kann dir nur eins sagen, mit rinnende Kartoffeln, raus aus der Kartoffeln, rinnende Kartoffeln, raus aus der Kartoffeln, kannst du dich total dran ereifern und deine Energie aus dir herausfließen lassen. Und das ist ja auch gewollt so. Oder du bleibst bei dir und richtest deinen Fokus auf Friede, Freude, Eierkuchen. Wir haben zum Beispiel heute schönen blauen Himmel und Sonnenschein. Ja, es ist noch kühl, aber die Sonne scheint. Ist das nicht super? Guck mal, ich verliere schon wieder meine Haare. Friseur hat nicht offen. Nee, doch schon. Aber ich mag da nicht mit Maske rumsitzen. Macht ja auch bestimmt bald wieder zu. Wir haben ganz viel Kreativität mit unseren Frisuren mittlerweile. Ist das nicht schön? Und das ist das, was ich meine mit Fokus. Kann sich jetzt aufregen, dass irgendwie alles kacke aussieht. Oder man kann sagen, ja, Mensch, ich werde ganz kreativ. Plötzlich ist wieder Spänkchen ganz modern. War ja auch eigentlich die ganze Zeit nicht. Also Fokus. Fokus auf das, was irgendwie schon läuft. Und wenn gar nichts geht, kann ich immer wieder sagen, mach doch morgens mal die Äugelein auf und schaue, für was du alles dankbar sein kannst. Du hast noch was im Kühlschrank. Du hast noch Geld auf dem Konto. Du hast ein warmes Bett, in dem du liegen kannst. Du kannst laufen. Meine Mama zum Beispiel kann jetzt nicht mehr laufen. Die sitzt jetzt jeden Tag im Rollstuhl. Wird auch schwierig für sie zu üben. Sie hat Angst, weiter nochmal zu stürzen. Sie hat kleine Tias, so kleine Minischlaganfälle, wo sie immer weg ist. Da ist sie ja durchgestürzt auch. Also da kannst du mal dankbar sein. Dein Hirn funktioniert noch. Du hast zwei Äugelein zum Sehen. Du hast zwei Öhrchen zum Hören. Du kannst selber reden. Du kannst selber denken. Du hast zwei Hände zum Greifen, zwei Füße zum Laufen. Du kannst so viele tolle Sachen machen. Also sei einfach dankbar. Fokus auf alles das, für das du dankbar sein kannst. Ein riesiges Tool, um in absolut guter Schwingung, guter Vibration und guter Laune zu bleiben. Ja? Dankbarkeit. Also, übe deinen Fokus und schau auf deinen Fokus. Drittes, sehr großes Tool auch, um auch in Ruhe zu kommen, meditiere. Meditiere, ich bin hier, ich bin jetzt. Und wenn du hier sitzt und jetzt bist, ist alles gut. Alles ist gut. Hier ist es gut. Jetzt ist es gut. Hier will dir niemand ein Stäbchen in die Nase bohren oder dich impfen oder sonst irgendwas. Hier bist du und hier bist du gut. Das ist eine wundervolle Meditation. Ich bin hier, ich bin jetzt. Kann man auch mit dieser Yoga-Atmung kombinieren. Dieses eine Seite einatmen. Ich bin hier und ausatmen auf der anderen Seite. Ich bin jetzt. Und dann wartet es nur hier wieder ein. Meine Nase ist nicht ganz frei. Ich bin hier. Und dann atmest du wieder aus und sagst oder denkst, ich bin jetzt. Wechselatmung nennt man das. Kommt auch aus dem Yogischen und ist wahnsinnig tiefenentspannend. Und wenn du das mal fünf Minuten machst am Tag oder zweimal fünf Minuten machst am Tag, verspreche ich dir, geht es dir gleich wieder deutlich besser. Du kannst natürlich auch über alles andere meditieren. Es gibt unwahrscheinlich schöne Meditationsmusik auf YouTube. Es gibt verschiedene Salveggio-Frequenzen, die man an sich anhören kann. Es gibt tibetische Klangschalen, die man sich anhören kann. Es gibt verschiedene Herz-Meditationsmusik, 432 Hertz zum Beispiel. Es gibt so viele Möglichkeiten, alleine über den Klang, über die Frequenz, in eine tiefe Meditation zu kommen und in einen tiefen Umbauzustand. Und stell dir vor, wir haben gar nicht nur einen DNA-Strang in unserer Zelle, sondern eigentlich zwölf. Und visualisiere, und das wäre dann schon der sechste Punkt, den will ich gar nicht vornehmen, aber visualisiere dann zum Beispiel, wie du deine zwölf Strang-DNA bekommst als neues Wesen, als neuer Mensch auf diesem Planet Gaia. Also Meditation als dritter Punkt. Vierter Punkt, räume auf in deinem Energiefeld. Was meine ich damit? Erstmal guck dir deine Glaubenssätze an, deine inneren Kindthemen. Das machen wir auch immer wieder in den Kursen. Wir haben ja gerade die Herz-Hirn-Connection. Wir haben ganz häufig Heilreisen. Wir hatten sogar mal eine Heilreise extra fürs innere Kind. Also bleib immer auf meinem Kanal, damit du siehst, welche wundervollen Heilreisen, welche wundervollen Angebote an Coaching-Angeboten es von mir gibt. Demnächst gibt es auch wieder einen, sage ich auch gleich noch ein bisschen was dazu. Also räume auf in deinem Energiefeld. Räume auf mit deinen Glaubenssätzen. Da sind wir auch wieder beim Fokus so ein bisschen. Wo ist dein Fokus? Alles scheiße. Wir haben keine Macht etc. pp. Oder kannst du dir auch neue Glaubenssätze anschaffen. Was du auch versuchen kannst, ist, schau, was dich hindert. Fühle, mach es mich eher eng oder mach es mich eher weit, zieh es mich eher runter oder lass es mich leichter werden. Es ist eher hell oder dunkel. Spüre ein bisschen, komm ins Fühlen. Ja, dann kann ich dir immer wieder nur empfehlen, jetzt bei dem vielen Lockdown, schau doch mal, was brauchst du denn noch so in deinem Umfeld? Was brauchst du noch an Dingen? Schau mal in deine Schränke. Was bindet nur alte Energie und bringt dir überhaupt nichts Frisches mehr? Wie wäre es Platz zu schaffen? Im Keller, in den Schränken, in deiner Wohnung, in deinem Garten, in deinem Gartenhäuschen, was immer du hast, in deiner Garage, in deinem Hobbyraum, was immer du jetzt für dich da in Resonanz fühlend erkennst, ja? Räume auf in deinem Energiefeld, denn auch das ist dein Energiefeld. Wie viel Energie ist gebunden in alten Anziehsachen, die du seit Jahren nicht trägst, in alten Schuhen, die du seit Jahren nicht trägst, in alten, irgendeinem Fizzleteil, was irgendwo rumliegt. Wir haben so viel Zeit durch Corona, nutze sie. Also wenn du Punkt bei Punkt eins bei dir bleibst und zum Beispiel nicht mehr so viel in Telegram rumdüttelst, könntest du ja Punkt vier nehmen und dein Energiefeld aufräumen, ausräumen und aufräumen und wirklich dich voller Dankbarkeit verabschieden von alledem, was du nicht mehr brauchst. Lass los. Ist das große Thema dieser Zeit auch loslassen. Ja, also Marie Kondo gibt es ja, das ist diese Aufräumqueen, die sagt ja immer, nimm jedes Teil in deine Hand, spür mal im Herzchen rein, wie spürt es sich an, du kannst auch das Körperpendel nehmen, pendel dazu mal aus, was ist dein Ja, was ist dein Nein, sag deinen Namen und schau, in welche Richtung dein Körper fällt, bei sehr vielen fällt er nach vorne, bei einigen aber auch nach hinten, dann ist dein Ja, also entweder vorne oder hinten, sag einen anderen Namen, sag ich, heißt Peter Paul und guck, wo du dann hinschwingst und das ist dein Nein und so kannst du zum Beispiel jedes Teil, was du überlegst, ob du dich davon trennen sollst oder nicht, um Energie fließen zu lassen, spür mal rein, wohin pendelt dein Körper, also wenn dein Körper in dein sogenanntes Nein pendelt, weg damit. Dann kannst du überlegen, verschenken, am Straßenrand hinstellen oder eine Coachie von mir hat gerade ihre Bücherregale aufgeräumt und die haben einen Bücherschrank bei sich und die hat das alles in den Bücherschrank gegeben, weil da wirklich ganz kostbare Bücher waren, die aber für sie in ihrem jetzigen Zustand nicht mehr energiebringend sind, sondern die nur die Energie im Bücherregal binden. Ja, also räume auf in deinem Energiefeld. Du kannst auch mal überlegen, ist ja wieder Frühling, machst du mal eine Ausleitungskur, Phönix Entgiftungskur, google das mal, ist eine super Sache oder Fasten, viele Fasten auch gerade wieder oder einfach mehr Bewegung, mehr frische Luft, wie auch immer. Wechselduschen, Magnesiumchlorid-Fußbäder oder ganze Körperbäder, also es gibt so viele Dinge, um dein Energiefeld zu reinigen. Das war Punkt vier. Punkt fünf, eins meiner Favorites, erkenne deine Schöpfermacht an. Also erst musst du sie erkennen und dann musst du sie anerkennen und annehmen. Und schau mal, beobachte dich doch mal, wenn du deinen Fokus disziplinierst und nur noch Gedanken denkst, die förderlich sind für dich und die Umwelt, was sich dann im Außen kreiert, ob du nicht dann noch mehr Dankbarkeit hast und ein noch helleres Energiefeld. Du bist Schöpfergott. Du bist Schöpfergöttin. Jedes Wort kreiert. Beobachte dich dabei, was du alles kreierst. In meinen Telegram-Gruppen ist die Brigitte, Theresia, Nachnamen habe ich gerade vergessen, die in Paraguay wohnt. Die ist ja sozusagen unsere super Aufpasser-Queen, was das Wort kreiert angeht. Und auch wenn sie da manchen mit wirklich schon auf den Geist geht, ist es ganz kostbar, was sie macht, weil sie uns immer wieder zurückerinnert. Wo ist dein Fokus? Was formulierst du gerade? Was kreierst du gerade mit deinem Wort? Oder verdichtest du mit deinem Wort? Oder verankerst du noch tiefer, wenn du so darüber sprichst, redest, denkst und es weiterpostest? Immer wieder ganz wundervoll. Also, das ist deine Schöpferkraft. Jedes Wort kreiert. Und übrigens ein Gedanke, den du nicht ausgesprochen hast, ist auch eine Kreation. Also beobachte doch mal deine Gedanken ganz aktiv. Auch das kannst du nur, wenn du Punkt 1 schon gemacht hast, bleibe bei dir. Du siehst, wie alles zusammenhängt, ja? Genau. Dann kommen wir zum sechsten Punkt, den hatte ich schon ein bisschen angesprochen. Visualisiere. Visualisiere dir doch mal, wie hättest du es denn gern? Und sag nicht, ich hätte gerne, dass nicht geimpft wird, ja? Ja, ich höre immer bei den Demos, Frieden, Freiheit, keine Diktatur. So what? Friede, Freiheit, super, aber mit keine Diktatur. Keine hört das Universum nicht. Du auch nicht. Dein Unterbewusstsein auch nicht. Dein höheres Selbst nicht. Deine Seele nicht. Das göttliche Feld nicht. Also was rufen die alle? Friede, Freiheit, Diktatur. Hey, wow. So, merkt ihr, es ist alles teilweise von so gutem Herzen gedacht, aber in der Ausführung immer wieder falsch. Ja, schreibe Friede, Freiheit, Souveränität. Das wäre der richtige Ausdruck. Friede, Freiheit, Souveränität. Und schau, wie das Volk da rumrennt. Zu Tausenden kreiert das Wort. Hm, hm, Diktatur. Merkst du? Deswegen, wir dürfen immer noch mehr bei uns bleiben und fühlen. Und deswegen sind auch diese ganzen Demos teilweise immer noch kontraproduktiv. Und ihr könnt euch vorstellen, von welcher Seite das kommt. Und die freuen sich jedes Mal einen Ast ab. So geil. Jippie, sie schreien alle Diktatur. Dann machen wir das doch mal. Geht ja nichts gegen den freien Willen. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Schön vorsichtig sein. Also, Friede, Freiheit, Souveränität. Visualisiere das. Wie willst du das haben? Wie willst du deine Partnerschaft leben? Wie willst du dein Umfeld haben? Und spür da rein, nicht das, was jetzt nicht geht. Nicht das, wie du jetzt nicht vielleicht mit denen reden kannst. Freu dich über jeden Satz, der gut geht. Und vielleicht müssen wir uns auch von einigen Freunden und vielleicht auch von Familienmitgliedern verabschieden. Aber wenn du loslässt, dann kannst du auch wieder Neues empfangen. Wenn du den Spatz in der Hand festhältst und ihn nicht loslässt, kann niemals die Taube, die eigentlich auf dem Dach sitzt, zu dir kommen. Also, bitte, visualisiere, wie möchtest du es? Wie stellst du dir Zukunft vor? Was ist für dich deine Souveränität? Was kannst du tun, damit in deinem kleinen Leben Souveränität für dich entsteht? Wie kannst du deine Schöpfermacht, deine Schöpferkraft üben? Wie kannst du deine Kreativität üben? Wie kannst du dir noch mehr Dinge erschaffen um dich herum? Also nicht nur Dinge, sondern Energien erschaffen um dich herum, um noch dankbarer zu sein. Visualisiere. Und als siebten Schritt, und es, finde ich, liegt gerade sowas von im Feld. Als siebten Schritt, stärke deinen Mut. Denn Mut tut gut. Das ist gerade das, was im Feld liegt. Wenn wir bei uns bleiben, wenn wir unseren Fokus kontrollieren, wenn wir meditieren, wenn wir innerlich und äußerlich in unserem Energiefeld aufgeräumt sind, wenn wir unsere Schöpfermacht anerkennen, wenn wir visualisieren, dann kommen wir in einen Mut. nach draußen zu gehen, auch mal ohne Maske, ohne Test und wirklich mal zu einem sogenannten zivilen Ungehorsam kommen. Das braucht Mut, aber nur aus dem heraus kreieren wir uns die neue Welt. Aus uns heraus, weil unser freier Wille gilt. Gegen den freien Willen kann das Universum und auch jegliche böse Energie nichts anhaben. Es funktioniert nur, weil du oder die anderen oder wir alle mitspielen. Wenn wir mutig sind und aufhören, mitzuspielen, haben sie keine Chance. und einer muss beginnen. Sei du es, der beginnt, weil alles beginnt in mir und wenn du das sagst, alles beginnt in mir. Ich meine nicht mich, ich meine dich. Alles beginnt in dir. Alles. Liebe beginnt in mir. Frieden beginnt in mir. Harmonie beginnt in mir. Freiheit beginnt in mir. Souveränität beginnt in mir. Schöpfung beginnt in mir. Sprich dieses Mantra so oft wie möglich am Tag. Wenn du siehst, draußen ist Unfrieden, sag, Frieden beginnt in mir. Wenn du siehst, wie Menschen streiten, Harmonie und Liebe beginnt in mir. Wenn du siehst, dass Leute ängstlich sind, Mut beginnt in mir. Klingt leicht und für manchen schwer, ich weiß es. Und genau aus diesem Grund habe ich ab dem 19.04. mit der lieben Ursula zusammen wieder einen ganz wunderbaren Kurs, der wird zwölf Wochen dauern. Auf jeden Fall werden Informationen folgen. Ich bin noch nicht ganz durch mit der Elo-Page-Seite. Vom 19. an gibt es einen Zwölf-Wochen-Kurs. Da ist immer eine Woche aktiv mit drei Abenden. Die andere Woche passiv zum Üben im Draußen. Dann gibt es wieder eine aktive Woche zum Üben im inneren Kreis. Drei Abende und dann gibt es wieder eine passive Woche, wo wir draußen üben und wo wir von Woche zu Woche stärker und stärker, sicherer und sicherer werden und dadurch mutiger und mutiger unser Licht im Außen strahlen lassen können. Wie klingt das für dich? Na? Immer noch die Schnauze voll? Ich glaube, mit diesen Aussichten können wir alle gut leben, oder? Was hältst du davon? Also ich fasse noch mal zusammen. Für diese Zeit ist es ganz, ganz wichtig. Sieben Punkte. Es müssen nicht meine und es muss auch nicht die Reihenfolge und es muss auch nicht die Anzahl sein, aber meine Ideen für dich sind sieben Punkte zur Lösung, wie du für dich ein Feld erschaffen kannst, in dem du in einem lichtvollen, energiereichen Raum lebst und den kreierst und damit Vorbild für ganz viele andere sein kannst. Erstens, bleibe bei dir. Zweitens, Fokus, übe deinen Fokus, beachte deinen Fokus und korrigiere ihn zur Not, wenn er an der falschen Stelle ist. Drittens, meditiere, ich bin, ich bin jetzt, ich bin hier. Ich bin sind übrigens die größten Imperativwörter, die du dem Universum, dem göttlichen Feld, der Matrix, wie auch immer geartet du das sehen willst, dem Quantenfeld, dem Nullpunktfeld geben kannst. Ich bin ist dein Befehl an die Energie, an die göttliche, es für dich genau so zu kreieren. Ja, ich bin die größten Imperative, die es überhaupt gibt. Also, meditiere, aber du kannst auch über alles andere meditieren, wenn du möchtest. Der vierte Punkt ist, räum auf in deinem Energiefeld, lass los, trenne dich von all dem, wo deine Energie gebunden ist, eventuell auch Freundschaften, eventuell auch Familienmitglieder. Es kann ja gut sein, dass es wieder zurückkommt und manchmal ist es auch okay, wenn man nicht mehr mit demjenigen zusammen ist und sich immer wieder neu in seine dunkle Energie ziehen lässt. Selbstliebe ist da ein ganz großes Stichpunkt. Fünftens, erkenne deine Schöpfermacht an endlich. Du bist Schöpferwesen, volle Möhre, du bist göttliches Wesen, du kannst alles, aber auch wirklich alles erschaffen über dein Wort, wenn dann dein Glaube groß genug ist. Sechstens, visualisiere, visualisiere oder von mir aus visualisiere erst und dann benutze deine Schöpferkraft, wie immer du das machen möchtest. Vielleicht kann man auch das eine vom anderen nicht trennen. und siebtens und das ist so wichtig jetzt gerade für nach draußen gehen, stärke deinen Mut, denn Mut tut gut. So wichtig. Lasst uns das im Herzen tragen. Gehe mutig voran. Zeige deinen Mitmenschen, dass wir überlebensfähig sind, auch wenn wir uns vieler Dinge einfach verweigern, weil wir in unserem Selbst so wunderbar aufgehoben sind und angstfrei sind und mutig sind. und deswegen lade ich dich ein, falls du das noch nicht für dich alleine kannst, warte auf meinem Kanal bis in morgen, übermorgen spätestens. Der Link da ist, wo du dich anmelden kannst zu diesem fantastischen Kurs und für alle Healy-Besitzer, denkt immer dran, Healy und wer den Resonance hat, auch da kannst du wundervolle Ich-Bin-Sätze in der Aura-Analyse mit einprogrammieren. Ich bin vollkommen, ich bin vollkommener Mut, ich bin in absoluter Harmonie. Du kannst so viele wundervolle Sätze da einprogrammieren. Wenn du nicht weißt, wie das geht, frag deinen Sponsor, schaue Videofilme, kümmere dich ein bisschen. Du weißt ja, souverän ist der, der sich auch Wissen holt, weil es nämlich eine Hohlschuld und Schuld ist immer ein ganz doofes Ding. Also hol dir dein Wissen, warte nicht, bis einer kommt und es dir auf dem Präsentierteller präsentiert. Nimm es dir selbst. Das ist pure Souveränität. Sei mutig, du kannst gar nichts falsch machen. Und für alle, die noch keinen Heli haben, möchte ich auch noch mal ganz kurz sagen, bis Ende April gibt es noch eine ganz wundervolle Rabattaktion, wo man bis zu 50% des Preises sparen kann, je nach Modell, welches man kauft. Wer da eine Frage hat, auch immer wieder eine persönliche Nachricht an mich. In diesem Sinne wünsche ich dir für diese wahnsinnige Zeit, diese unwahrscheinliche Chance, die gerade weltweit da ist, dass der Mensch endlich zu sich selber steht, seine Schöpferkraft anerkennt, damit sein Christusbewusstsein anerkennt und seinen eigenen Christus lebt. Diese Corona-Zeit setzt dem Ganzen eine Krone auf und wir sind alle die Könige in unserem Reich und die Königinnen und die Göttinnen und die Götter. Und genau das ist diese Riesenchance. verpasse nicht, lass dich nicht einlullen von den anderen, steh zu dir, sei stark, sei mutig, sei voller Freude, sei voller Energie, sei voller Mitgefühl, wenn das einer noch nicht kann. Bleib aber bei dir. Es nützt nichts, wenn du dein Licht verdunkelst, nur damit es dem anderen besser geht, dann geht es nämlich dir auch gleich mit Scheiße. Also lass dein Licht leuchten, du bist eine Granate, du bist das Geschenk für die Welt. Da habe ich nämlich hier auch immer so ein wundervolles, kleines, von der Laura Marlina Seiler damals, mein Lieblingsspruch, du bist ein Geschenk für die Welt. Ja? Du bist ein Geschenk für die Welt und dann lebe es. Das ist deine Aufgabe jetzt. Lebe dein Geschenk, was du für die Welt bist, das Licht, was du reinträgst, du als der individuelle Ausdruck Gottes. Du bist hier für eine Aufgabe. Du bist nicht hier gemacht, um irgendwie zu machen. Du bist hier, um Energie zu bringen. Du bist hier, um Vorbild zu sein. Du bist hier, um zu leuchten als Leuchtturm. Du bist hier, um die Erfahrung zu machen. Und du bist hier, weil du so ein Schöpfergott bist und weil du so mutig warst als Seele, dich zu inkarnieren hier in dieses Fleisch. Der Christus, der Gott im Menschen. Und es gibt so viele Wesenheiten, die oben durchgeben und channeln. Und immer wieder höre ich, ihr seid so mutig, weil ihr hier runtergegangen seid und hier dieses Spiel spielt. Du bist ein Werkzeug Gottes, dadurch alleine, dass du existierst. Also sei mal dankbar dafür und mach das Beste daraus. Komm raus aus diesem Mimimimimi, alles Kacke, alles Scheiße, alles Doof. Dann guck nicht, wenn du es siehst. Dann mach die sieben Punkte, die ich gesagt habe. Bleibe bei dir, räum auf, sieh deine Schöpferkraft, meditiere, visualisiere, halte deinen Fokus und werde mutig und stark. Das ist deine Aufgabe. In diesem Sinne, geliebte Seele, gehab dich wohl und hau rein. Die Menschheit wartet auf dich. Auf dich. Na klar. Ciao.